Leute, Krass, Jella ist wieder da, wenn Ostern steht vor der Tür. Und wir machen für euch eine ganz einzigartige Pasta. Pasta Bicolor mit Rot und Grün. Ja. Ja. Rot und grüne Pasta nur für euch. Auf geht's. Das Tattoo ist ein altes Knast-Tattoo oder wo hast du das her? Ja, das ist der erste Knast, das ist der zweite Knast, hier haben wir den dritten Knast. Uh, guck mal hier. Ist das nicht wunderschön? Kappern? Was? Nein. Willst du Kappern manchmal? Nein. Hm. Hm. Genosst mir auch immer gut. Aber mit dem Kartoffelsuppe und der Mozzarella. Hm.